Hier zu dem Silvesterfeuerwerk mit CE und Bantunasso. Als erstes JF07 Kombinationsfeuerwerk. Jetzt weiter JW4081 Silvesterfeuerwerk 25 Schuss. Jetzt kommt die JW4082 auf ein Silvesterfeuerwerk. Sehr, sehr schön. Weiter kommt die JW3001. Karrier 20 Millimeter. Jetzt ein romischer Lichterbündel JRC10. Das ist was für mich. Sehr, sehr, sehr schön. Die muss man live sehen. Jetzt kommt wieder ein Box vom Silvesterfeuerwerk. Leck vom Silvesterfeuerwerk. Die müssen wir sehen. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Du bist in der Mitte. Du bist in der Mitte. Das ist richtig. Die müssen wir sehen. Das ist nicht so schön. Jetzt kommt der JW-107, 19 Schuss, 25 Millimetern. Jetzt kommt der JW-162, auch 19 Schuss, 26 Millimetern. Jetzt kommt ein Thunder King, JW-900. Das ist sehr verhalten. Das ist sehr verhältn защitiert. Das ist sehr verhältnistisch. Wir kommen vor den JW-143, auch in der JW-141. Wenn er der JW-1430-Tillen ist, dann kommt der JW-155. Der J. Sificarbremse hat es auch nicht harnesses. Das ist sehr gut. Und der J. Sicker-183, auch in der J. Sicker-185 so ist bei der J. Sicker-185 so ist es für die J. Sicker-194. Jetzt von der Bekannten Samurai, RSV734. Oh, schick, schick. Schick ist das Gold. Exclusive Collection 5, GW4066. Und jetzt eine Becherbox, JW6011. Und jetzt als Letzte die Evolution 2, JW4086. Vielen Dank für Mallorca. Das war nicht zu heiß, oder? Ja, das war schon geil.